Es ist unglaublich. Ich heule gerade Freunden drehen. Mir fallen eigentlich kein Wort ein. Max Verstappet ist Formel 1 Weltmeister 2021. Ich kann es nicht glauben. Ich will gar nicht wissen, was ich für einen Puls hatte. Ich will es gar nicht wissen. Er ist, was ganz wichtig war, vor der ersten langen DAS-Graden gleich innen reingestochen. Das war der Schlüssel, dass Hamilton ihn nicht mehr auskontern konnte. Sonst hätte er Hamilton dicht gemacht und dann wäre es das gewesen. Beide hätten sich eventuell rausgehauen. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst zusammenfassen soll. Der verpatzte Start vom Verstappen, wo er selber Schuld hat. Das muss man einfach besser managen. Und Hamilton ist davon gefahren. Hat auch die meisten Runden angeführt, logischerweise. Dann lässt man Paris draußen, um Hamilton aufzuhalten, der ihn fast 6 Sekunden in einer Runde genommen hat. Auf einmal ist Verstappen wieder dran. Hamilton bleibt aber total ruhig und fährt sich wieder eine Lücke raus. Es ist einfach nur unglaublich. Und ich habe mir einfach gedacht, jetzt muss Verstappen doch einfach mal Glück haben. Einfach mal das Glück auf seiner Seite haben. Und dann kam ein Virtual Safety Car und Red Bull hat nochmal gewechselt auf frische Reifen. Ja, falls nochmal ein Safety Car kommt. Aber danach sah es ja nicht aus. Dann allerdings gab es Probleme bei Lando Norris, der einen schleichenden Plattfuß hatte und da nochmal in die Box musste. Und dann hatte man bei Hamilton natürlich auch Angst. Der gesagt hat, oh, wird Verstappen uns nochmal einholen. Man hat ja erst, Entschuldigung, ich habe das Ganze durcheinander gebracht, er hat erst auf frische Harte gewechselt. Musste dann 8 Zehntel pro Runde aufholen. Hat nicht so ganz geklappt. Am Ende hat er sogar noch verloren. Und ja, dann dachte man natürlich, das ist durch. Und ich habe einfach darauf gehofft, dass Hamilton, ich habe, das ist jetzt kein Scheiß und ich mache das nicht irgendwie, ich sage das nicht so. Ich habe 8 Runden vor Schluss gebetet an den Formel 1-Scout und habe gesagt, wenn du, wenn es dich wirklich gibt und du auch Respekt vor Michael Schumacher hast, dass dieser Rekord von Hamilton noch nicht gebrochen werden darf, dann lass bitte was passieren. Lass Max doch auch mal Glück haben. Und dann verabschiedet sich der Williams von Latifi. Und dann gibt es einen Safety Car. Ich hatte erst gehofft, rote Flagge, dass man einen Restart machen kann, aber naja, dann sind sie doch durchgefahren. Und ich habe einfach gehofft, mach doch die Trommateile weg. Und dann 57. Runde. Und die ganzen Überrundeten waren vor Max Verstappen, wo ich mich gefragt habe, warum lässt man die nicht durch? Letzten Endes hat man sie doch durchgelassen, um einen fairen Zweikampf zu garantieren zwischen den beiden. Und ja, Max hat dann in der letzten Runde natürlich das Optimum gehabt, so gut wie frische, rote Reifen. Hamilton abgenutzte Schlappen, harte Schlappen. Und Verstappen hat, wie gesagt, vor der ersten, die er ist gerade reingebremst, volles Risiko und es hat sich ausgezahlt. Er ist Formel 1-Weltmeister. Er ist, ich glaube das gar nicht. Es ist unglaublich. Also, mir ist auch nächstes Jahr egal, ob der Hamilton wieder Weltmeister wird, aber diesen Moment heute, das alles kann uns keiner nehmen. Keiner kann uns das nehmen. Soll Mercedes halt Konstrukteurs-Weltmeister sein und Paris ist ja auch noch unglücklicherweise kurz vor Schluss ausgefallen. Aber Max Verstappen ist Formel 1-Weltmeister und das kann uns keiner mehr nehmen. Ich bin einfach nur fertig.